Das ist sicherlich eine Frage, die vielleicht auch du schon mal gestellt hast. Ist Blau und Gary dieselbe Person in Pokémon? Während beide sich hinsichtlich ihres Aussehens stark ähneln und auch beide der Enkel von Professor Samuel Eich sind, ist es so, dass sie doch einige Dinge unterscheiden. Zum einen nimmt Gary als sein Starter das Wasser-Pokémon Shiggy, während Blau sich immer für das Pokémon entscheiden wird, das stark gegenüber eures Starter-Pokémon-Typen ist. Außerdem ist Blau Arena-Leiter in den Spielen Pokémon Gold, Silber und Kristall sowie den Remakes, während Gary diese Rolle aufgrund seines Rivalen-Status zu Ash nie einnehmen konnte. Dass ihr Aussehen und ihre Art ähnlich sind, war von Anfang an gewollt. Doch die Spiele und der Anime mussten sich separat entwickeln. Um es eindeutig für dich zu beantworten, Gary basiert auf Blau, aber dieselbe Person können diese aufgrund der vielen Dinge definitiv nicht sein.